Ja, ich bin heute im Scandic Hotel beim Lauftreff draußen auf der Terrasse. Hinter mir warten schon die Läufer. Wir haben heute hier ein Xing-Event. Heute ist das Thema richtiger Laufstil und ein kräftiger Rücken. Und da ich selbst Sport studiert habe, freue ich mich heute, mein Fachwissen an die Teilnehmer weitergeben zu dürfen. Ja, der gemeinsame Sport, der fehlt uns, glaube ich, allen, egal ob Indoor- oder Outdoor-Sport. Ich bin die letzten Monate gefühlt jedes Mal alleine mit meinem Hund um die Alster gejoggt. Und ich freue mich, dass ich natürlich jetzt gemeinsam mit anderen joggen kann und wir uns auch gegenseitig motivieren können. Ich bin die Alster gejoggt. 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 Vielen Dank.